Jeder, der was auf sich hält, ist hier. Ich seh den gestiefelten Kater. Wo sind mir die Miepsen? Wenn du mich küssen willst, isst ein Pfefferminz. Der Fraschgeld. Denn wer Quark sagt, muss auch Kater sagen. Alibaba und die 40 Räuber! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Im Traumpalast Esslingen geht es so ein bisschen um eine kleine Kinorevolution. Hier beginnt eine neue Ära. Die neue Technik heißt LED. Wir bauen große, bildgebende Wände aus selbstleuchtenden LEDs. Und das ist der Grund, warum wir auch heute hier im Kino in Esslingen sind, weil wir hier die erste LED-Wand in Deutschland in Betrieb nehmen. Und wir treffen uns ja jetzt wöchentlich und das ist einfach so, wenn man da reingeht auf die Baustelle, man hat nie das Gefühl, da drüben ist die Fraktion 1, da ist die Fraktion 2 und da drüben sind die Kollegen B und C unterwegs, sondern es ist eine Mannschaft, die unterwegs ist. Und das ist schon beeindruckend. Das ist ein richtiger Team-Spirit und das ist das, was gelebt wird. Und von daher, auf das freue ich mich ganz besonders. Und auf die glorreichen Stunden, die wir hoffentlich dann, wir haben schön die Karriere noch gemeinsam erleben dürfen. Es ist einfach was extrem Besonderes und auch richtig spannend. Es macht einfach richtig Spaß, da drauf Filme zu schauen. Ich sage mal, es ist ja innovativ, gerade in Sachen Technik und das gefällt mir natürlich sehr. Und so können wir also immer so neue Dinge einplanen, um einfach den Besuchern möglichst großen und auch neuen Unterhaltungswert zu bieten. Die Farben, die sind so kräftig, da siehst du so viele Kleinigkeiten und das macht eigentlich das Erlebnis aus. Die Farben, die sind so kräftig, da siehst du so kräftig, da siehst du so kräftig.